have fun hier ist euer aboram zurück in just cause 4 und wir haben jetzt endlich die letzte regionsmission im angriff und zwar im wahrsten sinne des wortes angriff auf atalia dieser militärische bahnhof ist von abwehrkonomen umgeben die praktisch unzerstörbar sind programmiere sie um wenn sie ihre früheren besitzer angreifen ja ich weiß die texte ist einfahrtsreich aber viel spaß damit Was wissen wir über Atalaya? Die Station ist von allen Seiten durch Abwehrkanonen gesichert. Schalt sie ab. Gib mir Zugriff und ich habe sie in ein paar Minuten umprogrammiert. Ich halte dich auf dem Laufenden. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Feindkontakt, verstanden. Feuer nach eigenem Ermessen. Dramatische Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Kanone ist außer Gefecht. Eine Kanone ist auf dem Weg. Wir müssen in Bewegung bleiben. 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 Okay, bleib in der Nähe der Konsole. Ich werde mein Bestes versuchen. Ich habe ein paar Truppen zu deiner Unterstützung losgeschickt, Rico. Da kommen noch mehr Soldaten der Soldaten der Soldaten, Rico. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.